Musik Hallo, guten Tag. Bin ich hier richtig bei der Lachs-Familie? Ja, genau richtig. Wir sind Familie Lachs. Justin, deine Freundin ist da. Und du musst die Emma sein. Ja, ich bin Emma, aber ich bin nicht seine Freundin. Wir sind nur zum Spielen hier verabredet. Ja, Emma, sei doch nicht so unhöflich, Mensch. Ach, tut mir leid. Ich habe mich hier ganz vergessen vorzustellen. Martin Vogel, mein Name. Ach, ich bin der Martin Lachs. Das ist ja lustig. Noch ein Martin. Sehr gut. Ja, das ist mein Papa. Ach, hallo, Herr Vogel. Ich bin die Sibylle Lachs. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, meine Frau Lachs. Sie können gerne Platz nehmen. Nein, nein, nein. Sie sehen ja, ich habe schon meine Feuerwehrklamotten an. Also ich muss direkt zur Arbeit. Ich wollte Emma hier nur ablassen. Die Mutter holt Emma dann später wieder ab. Ja, gut. Dann sehen wir uns vielleicht ein anderes Mal wieder. Ja, gerne. Emma, ich muss dann auch schon los, ne? Okay, Papa. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, dir auch. Viel Spaß. Hey, was ist das hier für ein Lärm? Oh, Emma, du bist ja da. Hi. Ach, dann kann ich dich ja auch noch sehen. Hi, Dustin. Ich bin der Martin, der Papa von Emma. Hallo. Papa, du wolltest doch gehen. Ja. Oh, das ist dein Papa? Brennt es irgendwo? Oder warum ist die Feuerwehr bei uns? Mama, Papa, was ist denn los? Nein, aber ich war bei uns Feuerwehrmann. Ach so, okay. Emma, jetzt komm mit. Wir wollen spielen. Komm jetzt mit. So, jetzt muss ich aber wirklich los. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss, Herr Vogel. Bis dann. Hi. Hallo, Justin. Hallo, Emma. Schön, dass wir uns jetzt zum Spielen verabredet haben. Ja, finde ich auch toll. Was spielen wir? Weiß ich noch nicht. Ich wollte dich fragen, was du vielleicht spielen willst. Aber komm jetzt doch erst mal mit. Mein Zimmer ist oben. Und wir müssen klettern. Ja, wir müssen klettern. Kommst du? Toll. Ja. Emma, wo bleibst du? Ja, ich kann richtig gut klettern. Ich habe das auf dem Spielplatz gelernt mit meinem Bruder Julian. Ja, dann beeil dich jetzt aber auch. Ja. Ich lade mich den ganzen Tag auf dich. Na, da bist du ja endlich. Ich kann viel besser klettern als du. Das weißt du, oder? Kannst du gar nicht. Natürlich. Ich war viel, viel schneller oben als du. Ich kann viel, viel, viel schneller klettern als du. Nein, kannst du nicht. Ich konnte dich nur nicht überholen, weil die Leiter ist viel zu klein. Ja, egal. Ich wohne auch oben bei mir zu Hause. Da muss man auch Treppen hochgehen. Das ist ja cool. Ich zeige dir jetzt mal mein Zimmer. Los, komm. Hier. Das ist mein großes, tolles Bett. Ja, ganz toll ist das. Aber das ist ja noch ein Babybett mit Gittern. Ja, und? Ich hab schon ein richtiges Bett für große Kinder. Wie? Du hast schon ein großes Bett? Mhm, das wäre toll. Das ist doch unfair. Ganz schön ist das auch. Justin, aber du bist noch ein Baby, wenn du in so einem Babybett schläfst mit Gittern. Nein, stimmt nicht. Ich bin gar kein Baby. Du bist ein Baby. Du bist noch ganz klein. Du rotzopf, du. Warum sagst du das immer? Du hast selber rote Haare und deine Mama auch. Die hat so rote Haare, der möchte mein Vater gleich Feuer löschen. Ja, das soll aber nicht schlimm sein. Ich sag zu jedem, Rotzopf, der rote Haare hat. Egal, komm, wie geht's? Spielen, komm. Also, vielleicht hast du ein größeres Bett als ich, aber ich hab viel mehr Spielzeuge als du. Ja, viel mehr Spielzeuge, guck mal. Ist das nicht toll? Das ist voll gut. Guck mal. Guck mal hier. Hast du schon mal eine Robbe gesehen? Das ist keine Robbe, das ist ein Seehund. Was? Nein. Doch, ein Seehund ist das. Wie ein Seehund? Der macht doch gar nicht Wuff, Wuff. Ja, aber ein Seehund macht doch nicht Wuff, Wuff. Der macht Wuff, 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 Wuff. Aber du kannst das echt gut. Hm, hab ich im Aquarium gelernt. Bist du auch ein Seehund vielleicht? Seehundbaby? Nein, bin ich nicht. Okay. Weißt du was? Ich versuch das jetzt auch mal. Aber ich kann das nicht so gut. Du kannst das viel besser. Du bist ein richtiger Seehund, ey. Komm, wir machen ein Wettrennen. Wer von uns ist schneller als du? Ich bin viel schneller als du. Ich bin schneller im Robben. Nein, ich bin schneller. Aber nicht krabbeln. Nein, ich schwimme, aber ohne Wasser. Justin, Emma, komm mal runter. Was ist? Ja. Emma, komm, steh auf. Jetzt gut. Ich glaub dir, dass du ein Seehund bist. Mama hat uns gerufen. Okay, ich komme. Wir müssen runter. Los, komm. Ich komm gleich wieder, Seehund. Und in deiner Sprache... Oh, Emma, beeil dich doch jetzt mal. Wo bleibst du, Menz? Komm jetzt. Du bist voll langsam, ey. Bin ich gar nicht. Du bist einfach vorgelaufen. Nein. Hallo, Mama. Na, ihr beiden? Spielt ihr schön? Mhm. Was ist denn? Ich hab leckere Cupcakes gebacken. Oh, Cupcakes. Das sind leckere, kleine Kuchen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch einen teilen. Ich mag gerne Kuchen. Die sind voll lecker. Die sind riesengroß geworden. Ich glaub, wenn ihr euch einen teilt, das reicht für heute. Was? Ich möchte... Nein. Also, ich... Ich nehm Ganzen. Ich kann Ganzen essen. Ich hab... Ich auch. ...Hunger. Und Emma kann auch einen essen. Komm, Emma. Hier ist doch ein Platz frei. Setz dich doch hier. Los, komm, Emma. Beeil dich. Emma, Emma, Mama macht die besten Cupcakes hier in Playmobil City. Ja. Ich hab noch nie einen gegessen. Ja, komm, los. Aber ich mag alle Süßigkeiten gerne. Und am liebsten mag ich auch Kuchen. Kuchen mit Zuckerguss, Kuchen mit Sahne, Kuchen mit Früchten, alles. Ja, dann komm doch endlich, Emma. Setz dich doch einfach hier hin. Dann könnt ihr euch schön einen Cupcake nehmen und den gemütlich essen. Wo bleibst du, Emma? Los. Also, es gibt Erdbeer, Vanille, Banane. Welchen hättest du denn gerne, Emma? Hm, ich... Oh, so viele. Ich weiß nicht. Hm, Erdbeer vielleicht? Ich weiß nicht. Die sehen alle ganz lecker aus. Und wenn so viel Auswahl ist, dann kann ich mich immer nicht entscheiden. Und sie kann... Du kannst auch dich nicht entscheiden. Weil du hast bestimmt auch ganz viele Cupcakes gegessen. Und jetzt hast du so einen dicken Bauch. Ja, stimmt, Mama. Ach, nein, Emma. Ich bin schwanger. Justin bekommt ein Geschwisterchen. Ach ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Also, Mama sagt immer, das wird bestimmt ein Mädchen. Aber ich sag immer, ich hoffe, das wird ein Junge. Weil ich möchte keine Schwester haben. Weil Mädchen sind doof. Ja, doof. Ach, es ist so schönes Wetter draußen. Ich werde meinen Cupcake draußen essen. Und ich gehe mal kurz auf Toilette. Aber ihr könnt ja schon mal anfangen zu essen. Von wegen einen teilen. Emma, Emma, wir machen jetzt ein Wettessen. Okay, wer am meisten Cupcakes essen kann. Ich kann viel mehr essen als du. Doch, ich bin der Cupcake-Meister hier in diesem Haus. Wie ein Bär. So viel kann ich essen. Ich kann so viel essen. Viel, viel mehr als du. Das werden wir sehen. Also, das werden wir sehen, ja. So, wir fangen jetzt mit diesem an, okay? Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Fertig. Mein Essen ist schon leer. Ich brauche noch mehr. Ja, ich bin auch schon fertig. Wo ist denn Nummer zwei? So, Emma, du nimmst den hier und ich den hier. Los geht's. So, lass ihn dir schmecken. Ja. Guten Appetit. Okay, los. Los. So, jetzt ist nur noch einer übrig, Emma. Was machen wir denn damit? Aufessen. Ja. Oh, ist schon richtig schlecht. Mein Bauch ist schon ganz voll. Emma, Emma, ich glaube, du kannst keinen weiteren essen, weil... Doch, kann ich. Du wirst verlieren, ja. Nein, ich esse den letzten. Und dann habe ich drei gegessen und du hast nur zwei gegessen. Du? Du willst drei essen? Du bist ja viel zu klein. Ich schaff das. Na, na, okay, okay. Dann, 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 dann iss mal. Okay, aber was kriege ich, wenn ich gewonnen habe? Ich möchte auch einen Preis, vielleicht eine Robbe oder so. Nein, du kriegst einen feuchten Smatzer. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Oh, mir ist so schlecht. Ich gehe mal nach Hause. Ich könnte direkt schwuppen. Oh, was ist denn hier los? Habt ihr die ganzen Cupcakes aufgegessen? Ja, natürlich. Ich war doch nur kurz auf Toilette. Ja, natürlich, Mama, müssen wir doch. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Mama, also, ich habe aber nicht so viel gegessen. Die Emma hat viel mehr gegessen. Ja, ich habe ganz viel gegessen. Ich habe gewonnen. Und ich muss, glaube ich, erst mal aufs Klo. Ja. Puh. Oh, ich muss echt aufs Klo. Oh. Muss ich irgendwie hinlegen oder so. Justin, kann man dich keine Minute alleine lassen? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe doch nur die Cupcakes gegessen. Ich bin froh, ich bin froh.